Musik 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 Ne, was baust du hier eigentlich? Dumm, ich will das Geld jetzt nicht ansammeln. Guck dir das mal an. Hallo, das Geldparade. So. Nein. Da muss die Lava hin. So, und damit hier nichts passiert, das holt's weg, das holt's weg, das holt's weg, das holt's weg, das holt's weg. So, Glas dazwischen. Ungefähr so. Hier gibt's keinen Funkenflug mehr. Was ist das hier oben noch Holz? Wieso ist hier noch Holz? Das muss weg. So, das wird jetzt hier mein Tötungsraum. Okay. Der muss weg. Der muss weg. Das ist ja doof. Eigentlich hätte ich das Wasser von da aus holen müssen, ne? Ne, das war schon richtig. Das war schon richtig da. Weil, das geht ja weg, wollte ich da aufmachen. Jaja, geht mal alle da weiter erstmal. Stopp, ich hab da noch nicht zugemacht. Daaaah. Oh, es sind auch so viele Skelette. Ah, sterben ja auch. Lustigerweise. Also. Aber nicht so, wie ich das will. Oh mein Gott. Ich muss hier noch zumachen. Geht weg da. Ja. Ja, äh, das sind schon gar nicht da rausgekommen. Das soll eigentlich nicht so der Fall sein. Geht auch alle weg. Wie viele Skelette sind denn da? So, da haben wir recht zu. Danke. Dann könnt ihr alle mal jetzt sterben, hoffe ich. Wieso fließt die Lava jetzt nicht mehr dahin? Eins, zwei. Eins, zwei. Die fließt nicht, die Lava. Cool. Ist das doof, oder ist das doof? Ja, die Lava-Flies-Eigenschaften sind jetzt schon wieder anders, oder was? Was? So, ähm. Wenn ich mich jetzt hier hochbaue, was passiert dann? Total alles verbaut. Okay, das wollte ich nicht. Ich nenne diese Folge Chaos am Haus. Beziehungsweise die letzte, weil jetzt ist schon wieder rum. So. Wenn ich dann irgendwann hier alles fertig habe, dann sage ich euch Bescheid. Das Haus war so schön, jetzt nicht mehr. Wieso fließt die Lava nicht so weit, wie ich das gerne hätte? Fragen, die die Welt nicht braucht. Warum lebst du da unten noch? Und wieso fließt das Wasser dann nicht so weit? Ach, da ist noch ein Klotz im Weg. Der da. So. Ja, schließt euch gegenseitig ab. Macht mir gar nichts. Ich brauche mehr Glas. Was ist das hier schon wieder? Ja. Habe ich noch welches oder habe ich glaube ich das letzte mitgenommen? Man weiß es nicht mehr. Das war nicht da, das war natürlich da oben drin, aber das habe ich schon mitgenommen. Okay, schade. Ich habe natürlich auch kein neues Glas. Das wäre ja zu einfach. Sand habe ich auch nicht mehr, nehme ich mal an. Ne, Jungs. So. Ist mir jetzt egal. Aua. Hallo. Seid doof. Scheinbar ja. Ihr kriegt jetzt hier Stein drüber. Ist mir egal. Ich will nur einfach das hier. Einfach sterbt da unten. So. Wieso ist jetzt hier alles mit der Lava kaputt? Das interessiert mich noch. Ist mir egal. So. Theoretisch müsste ich auch wenn ich hier Lava reinfülle. Ja. So muss es laufen. Genau. Wieso läuft es jetzt nach unten? Und wieso passiert da jetzt Cobblestone raus? Ich verstehe es nicht mehr. Weil die Lava wahrscheinlich die Leiter weggebrannt hat jetzt. Ah ne. Ja. 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 Ich werde diese Fälle noch zum Laufen bringen. Ich verspreche es euch. Es brennt da jetzt schon wieder. Ja. So brennt was. So nicht mehr. Ja. Die Leiter ist weg. Muss eine neue her. Hab ich noch keine Leiter mehr drin? Nein. Hab ich nicht. Jetzt sind wir natürlich wirklich mit auf der anderen Seite. Und ich hab keinen Bock rüber zu rennen. So. Habt ihr jetzt davon. Ich baume einfach hier draußen einen neuen. Ungefähr da. Dann. So. Eine Leiter. Machen wir doch glatt. Da haben wir zwei Stück. Blub 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 blub. Gucken wir nicht hin. So. Das ist das Wasser natürlich wieder weg da unten. Die ist mal der gleiche Mist. Hallo. Wieso geht das nicht kaputt? Nein. Ich dreh am Rad hier mit euch. Nichts geht das jetzt nicht so schnell. So. Das muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Da ist Wasser. Das fließt normalerweise hier durch. Die Wasserquelle wird zu Cleanstone. Alles mitnehmen. So. Das läuft ja hier. Machen wir das hin. Wieso kommen wir jetzt hier überhaupt keine Ups mehr hoch? Was ist denn da schon wieder los? Irgendwann ist der Kunden schon wieder kaputt gegangen. Befürchte ich so. Da Lava rein. Und Stein oben drauf. Hallo. Tschüss. So. Da. Stein drauf. Generell einfach hier oben zumachen. Gut. Mhm. Nein, 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 nein. Du stötest mich ja jetzt. Uff. 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 Habe ich da nicht zugemacht? Mit der entsprechenden Höhe? So. Wie viele Knochen habe ich denn schon wieder? 43 Pfeiler und 48 Knochen. Sehr schön. Uff. Uff. Ja, das ist auch eh fast schön geblieben hier. Ich meine, ich muss alles mit Glas austauschen was jetzt noch in Cobblestone ist. Und das alles, was überflüssig ist, muss weg. Also zum Beispiel das muss weg, das muss weg, das muss weg. Das und das. Und das und das. Und es wird schon wieder Nacht. Cool. Ich habe auch noch kein Bett, wo ich wieder schlafen kann. Das brauchen wir nicht, ist überflüssig. So, das kann weg und das kann weg und das kann weg. Erstmal so. Das muss alles erstmal stehen bleiben hier. Ne, das kann weg, theoretisch. Theoretisch. So, das kann weg und das kann weg und das kann weg und das kann weg. Was ich hinterher rausbaue, weiß ich noch nicht. Muss ich mal überlegen. Aber jetzt würde ich gerne schlafen gehen, aber oben ist ja auch alles noch kaputt. Zumindest kann man auch noch nach oben gehen. Ja, Licht ist ja eigentlich genug da, nur irgendwie kein geschlossener Raum mehr. So, ähm, reppen wir mal eben schnell diese Ebene hier. Zumindest scheint mir davon zu funktionieren jetzt wieder. Ja, wir haben... Das ist alles ein bisschen kaputt gemacht jetzt hier. Also nicht wir, sondern das Feuer. Was aber wir ins Haus gebraucht haben, dadurch, dass wir da Lava eingemacht haben. So, das wäre hier oben jetzt schon wieder fast dicht. Was war denn hier mal drin? Hier muss ja Holzgewinnen sein, sonst wäre es ja nicht abgebrannt. So, erst mal... Dieser Raum ist fast wieder richtig. Monster near me. Joa. Das mag ja sein, ne? Aber trotzdem will ich schlafen. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Okay, so, wie sieht die Zählten aus? Da fehlt noch ein Block. Monster near me. Heißt irgendeiner... Irgendein Monster hat mich gesehen. Super. Die da unten werden ja wohl nicht sein. Die sterben ja alle schon fleißig. Du bist wahrscheinlich gemeint. Komm her. Komm. Komm doch runter. Die will nicht. Zumindest das funktioniert wieder hier. Wir haben wieder eine funktionierende Monsterfalle. Yeah, da, da, da. Solange die nicht da oben runterkommen, werde ich wahrscheinlich nicht in den Bett gehen können. So. Dann bauen wir einfach weiter und hoffen, dass uns kein Creep aufs, ähm, Gemüt geht. Ja, na gut. Das kann ja da stehen bleiben scheinbar. Da passiert ja scheinbar nichts mehr. Trotzdem werde ich das mal ein bisschen umbauen müssen. So. Wir haben hier eine komplette Steinwand rein. Damit es wie es halbwegs vernünftig aussieht. So, hier. Das kann ja so bleiben. Das brennt ja scheinbar nicht mehr. Dann werde ich es hier mal wieder mit Holz zumachen. So. Und da oben müssen richtige Stämme rein. Haben wir noch richtige Stämme? Ja, fünf Stück habe ich noch. So, damit ist es jetzt auch wieder richtig. Das hier muss natürlich alles weg. Aufs Dach muss ich natürlich auch nochmal alles reparieren. Keine Frage, aber nicht jetzt. Hier ist es irgendwie in der Wand integriert. Und hier ist es außerhalb. Wenn ich hier weg mache, dann strecken wir sofort die Lache aufs Dach. Okay. Dann muss ich es hier auf der Seite ein bisschen anders machen. Da brennt es wieder. Scheiße. Wieso? Es brennt doch auf der anderen Seite auch nicht. Das gefällt mir gar nicht. Auf der Seite brennt es nicht. Komisch. So, ist mir egal. Da kommt jetzt hier so eine Steinwand rein. Und dann brennt es hoffentlich nicht mehr. So machen wir das einfach. Ich will da gar nicht mehr zugucken. So, habt ihr jetzt davon? Ihr habt mich zu viel geärgert. So, fertig. Das machen wir auch noch zu hier. Ja, ich hatte mal da oben vor, da so anderes Holz reinzubauen. Das war der Plan. Der Plan war dort. Ich glaube, hier war dann so ein Holz. Und hier war so ein Holz. Und da oben auch. So, sogar da. Und da war richtiges Holz drin. Und hier war so ein Holz drin. Und da auch. Das nicht. Das auch falsch. Das muss ich auch noch irgendwie dann reparieren. So, da muss normalerweise Erde rein oder sowas. Ich kann da auch... Ich kann es auch mit Cobblestones auffüllen, glaube ich. Einfach so. Ich dürfte ja nicht stören. So, die Wasser zuvor hier hinten. Kann ich immer wieder ändern, wenn ich will. Die spinnen jetzt immer noch da oben, oder? Ja. Irgendwie wollen die Spinnen nicht so recht. Na, komm. Kann ich jetzt immer noch nicht schlafen gehen, ne? Ja, kommt her. Ich komme einfach zu euch hoch. Mit der Axt, bitte. Genau, unter dem Dreck rauszukommen. So muss das sein. So, Spinner, wo bist du? Da ist einer. Die hätten wir. Jetzt noch die da oben. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Dann müssen wir hier rumrennen. Und da ist ein Creeper. Creeper, 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 Creeper. You are zu langsam. Nein, 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 nein. So, bist du aufweg? Aber ich muss da oben die Spinne töten. Ich hatte eigentlich keinen Bock drauf schwimmen. Aber scheinbar muss ich dafür schwimmen. Zack. Boom. Nein. Immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Okay, dann haben wir dich. Dann bist du selber dran schuld. Das Nachts draußen rumrennen. Ja, wir sind schon Level 4. Hey, Level 4. Jetzt geht steil bergauf. Also, sowohl hier, als auch mit unserem Level. Ich glaube, ihr seht auch noch was. Und die Spinne ist jetzt mein nächstes Opfer. Tschüss.